Am Sonntag wird es verbreitet sonnig und sehr warm mit Höchstwerten von 28 bis 33 Grad. Nachmittags und abends bilden sich vor allem südlich der Donau aber einzelne Wärmegewitter. Ganz im Norden ist es dagegen bei 23 bis 27 Grad etwas wolkiger, aber nur Richtung Dänemark zieht auch etwas Regen durch. Am Montag sind im Norden mehr Wolken unterwegs und mitunter fällt etwas Regen. Bei auffrischendem Wind werden aber immer noch angenehme 22 bis 26 Grad gemessen. Nach Süden und Südosten hin überwiegt dagegen der Sonnenschein und bei 27 bis 32 Grad bleibt es meist trocken. Nur in Alpennähe bilden sich einzelne Wärmegewitter. Auch zur Wochenmitte hin geht es sommerlich weiter. Im Norden ziehen zwar weiterhin zeitweise Wolken durch, Regen bringen sie aber kaum und es bleibt angenehm warm. Sonst dauert das sonnige und sehr warme bis heißes Sommerwetter weiter an. Allerdings nimmt das Gewitterrisiko allmählich zu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.